Nix, nix. Was ist da drüben los? Fick dich, du scheiß Teil. Okay, bestimmt wissen sie, dass ich hier bin. Hoppala. Das ist nur eine Mutmaßung. Was ist da drüben los? Lagerbericht. Was ist da drüben los? Lagerbericht. So, C haben wir, würde ich sagen. Kommt das nächste Scheißteil. Oder? Okay, das ist eine doofe Position jetzt. Vor allem, ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Drohne kommt oder nicht. Er ist wahrscheinlich, ja. Los, komm schon her. Ich weiß, er ist hier. Machen wir es so. Die Scheiß Drohne, Alter. So, jetzt komm her, du scheiß Drohnenfahrer. Hab dich gleich, du Affe. Ne, sollst dir aufnehmen. So ist brav. Wer ist das? Piss dich jetzt mal. Arsch. Presseraum. Dann machen wir doch mal alles fertig. Es war mal eine Zeit, da war unsere Zeit vor einer anderen Zeit. Die Zeit war vor unserer Zeit. Okay. Okay. Da ist er. Das ist Wahnsinn. Zurück in Deckung. Hab ihn. Wir müssen verarschen. Das ist nicht dein Ernst. Ey, ja, jetzt ab jetzt, ey. Alter. Mach die Scheiß Tür zu! Danke. Meine Fresse. Au. Kein Bock jetzt noch so lange hier rum zu dönen, Alter. Ganzenrotz nochmal zu machen, ist echt übertrieben, ey. Piss dich jetzt. So, weg damit jetzt, Alter. Fassendicke jetzt langsam. Ganzenrotz nochmal machen hier. Arsch offen. Fassendicke. So. Mach das jetzt gestrichen voll. Ernsthaft. Jetzt mal ganz flott hier gemacht, Alter. Ohne groß ein paar Laber jetzt und so. Ganz trocken und leger. Ich weiß, ich hatte einen Typen auch und der gefangen werden musste. Mal ganz ehrlich, Leute. Wofür? So, Arschlecken jetzt hier. Aufgeräumt. Die ganze Chose hier. Haben wir es jetzt. Okay. Einen schönen Bug haben wir noch bekommen. Entschuldigung. Entschädigung. So, es kommen wahrscheinlich 15 neue Gegner oder so. Halt nach die Scheiße hier. Komme ich denn jetzt da hin? Ja. Hier komme ich bestimmt hin. Ja, scheint so. Mal dicht die Scheiße hier. Sam, Briggs, hier Grimm. Da sind wir wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Verteidig diese Daten bekommt. Ihr müsst ihn aufhalten. Kostet es, was es wolle. Kümmer mich. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Ich will keine Probleme. Ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten. Einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Nice! Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein! 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 Du bist wirklich hartnäckig. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im Wallroom? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hättest du mich? Festhalten. Ich war nie ein Freund subtermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Oh Gott. Bitte, helft mir. Was ist nur in dich gefahren? Wer verblutet und sonst stirbt? Gib mir die Aderpresse. Nimm lieber die andere Hand. Nein, 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 nein. Bitte, hört auf. Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zähne. Sogar deine Zähne. Nein, ich gebe euch, was ihr wollt. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Dateien. Nein, tun sie es nicht. Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das, was gehst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Es tut mir leid. Nein! 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 Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Hier spricht Majid Zadig, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Okay, es tut mir ganz furchtbar leid. Ich habe nur gesehen X und 15 ausfüllen. Ich habe sofort X gedrückt. Ich wusste jetzt nicht, was das überhaupt ist. Vorsicht. Da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen ist, alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Er schießt jeden mit. So, jetzt ganz ruhig bleiben, Kollege. Sam, Brickshubs erwischt. Zadig versucht abzuhauen. Wir sind okay. Holt ihr Zadig. Du verblutest hier. Bring ein Saw in, Sam. Rimm, Brickshubs erwischt. Rimm, Brickshubs auf deinen Sanit... Es ist aus! Nein, das ist gar nicht... Ach, scheiße. Scheiße. Wo steckst du? Hättest weglaufen sollen. Fischer! Ja, weil ich gesagt habe, geh dort in Deckung. Was macht er? Das ist nichts Bestes. Er springt über die Scheiße drüber. Alter, du warst gerade am Spritten, du Affe! Hättest du dir deine Hände so vorgestellt? Fischer! Er kann laufen und sofort alles auf einmal sehen. Das ist wieder so schön. Ja, es ist wieder ein Endgegner, der wieder voll unnötig ist. Das ist jetzt wieder nicht irgendwas Spektakuläres. Die Scheiße geht... Innerhalb von zwei Sekunden geht es wieder an. Die Steuerung funktioniert wieder nicht, wie sie soll. Damit es funktioniert. Und er kann während er sprintet alles sehen, oder was? Ja, guck dir an! Er hat mich nicht gesehen und trotzdem kann er abhauen. Es ist schon wieder so unnötig, irgendwie. Man muss dunkel werden. Dunkel! Guck weg! Wo steckst du? Ja! Ja! Komm schon! Alter, leck mich du am Arsch, du blöder Pisser, ey. Alter, ich krieg gerade sehr richtig die Kratzen, Leute. Und wo ist der verfickte Haftschocker? Natürlich hat er ihn jetzt nicht mehr, weil das voll logisch ist, alles. Okay, was soll ich machen? Ich kann auch stundenlang nur an einer Stelle stehenbleiben. Wie war es damit? Den Gegner zu Tode langweilen. Das war doch mal eine Herausforderung vom Endgegner, ey. So eine verfickte Scheiße hier abziehen, Alter. Ja, und schon wieder bringt die Steuerung nix, weil ich genau nicht das gedrückt... Alter. Alter. Ah, die Steuerung kann ja funktionieren. Das ist aber voll scheiße. Das ist aber so.